Alle Infos zur neuen Simon42 Community, deinem deutschen Home Assistant Forum, kommen jetzt. Hi, mein Name ist Simon von Simon42 und ich will dir heute erzählen, was es alles Neues gibt zur neuen Simon42 Community, deinem deutschen Home Assistant Forum. Bevor du jetzt denkst, warte mal, gab es da nicht schon ein Forum? Ja, du hast recht, denn hier sehen wir auch gerade das alte Simon42 Forum. Das hatte ich damals quasi aus der Not heraus erstellt, weil sich das in den Kommentaren so oft gewünscht wurde, dass man eben auch ein Forum hat zum Thema Home Assistant auf einer deutschsprachigen Community Seite. Und deswegen habe ich dann eben einfach ein Plugin genommen für WordPress, was ich eben kannte. Und dieses Forum wurde jetzt eben migriert zur neuen Simon42 Community. Sieht man auch hier natürlich, da ist ein relativ auffälliger roter Banner. Wenn man darauf klickt, kommt man also dann quasi zum neuen Community Forum, was jetzt eben so aussieht und deutliche Vorteile bietet gegenüber der alten Software. Die Nutzeroberfläche ist einfach moderner. Die Plattform ist einfach direkt auf dem Forum ausgelegt und auch sonst nichts. Ist also nicht irgendwie ein Plugin-Aufsatz für WordPress oder irgendwas. Es ist eine native Foren-Software, die da eben benutzt wird. Und es gibt eben noch weitere Spielereien, sowas wie Push Notifications, persönliche Einstellungen für den Benutzer, die wirklich eigentlich allumfassend sind. Und finde ich zumindest mal persönlich ein aufgeräumteres Layout der Startseite. Aber bevor wir damit weitermachen, erstmal zum Aufbau des Videos. Also ich werde erstmal kurz darauf eingehen, für Leute, die das Forum oder jetzt eben die Community noch nicht kennen, was ist das überhaupt? Dann kommen wir einfach zur Benutzung, wie das Ganze eben zu benutzen ist. Und ich werde immer noch ein, zwei Worte sagen, was eben für Leute zu beachten ist, die bereits auf dem Forum von Simon42 einen Account hatten. Ganz grundlegend vielleicht zur Migration, also es wurden alle Beiträge übernommen mit Mentions, Pullquotes, Smileys und so weiter und so fort. Das Ganze hat mich wirklich immens viel Zeit gekostet. Aber es ist jetzt eben soweit alles gemacht. Der nächste Schritt ist da noch, dass das gesamte Forum, also das alte Forum übrigens natürlich, auf die neue URL weitergeleitet wird. Und irgendwann wird dann diese alte URL abgeschaltet. Ist aber für dich prinzipiell erstmal egal, denn du fragst dich ja gerade vielleicht, okay, was ist das Simon42 Community Forum überhaupt? Also, wie gesagt, das ist eine Plattform, auf der wir uns eben austauschen können im deutschsprachigen Raum. Also die Sprache der Community ist eben Deutsch. Zum Thema Home Assistant, ESP Home und alles, was dir eben sonst noch so einfällt. Also wirklich eigentlich alles, was man will. Natürlich auch Themen abseits von Home Assistant, sowas wie HomeKit, Google Home und so weiter, sind auch schon als Kategorien angelegt. Auch natürlich ausdrücklich erwünscht. Und was mir noch wichtig ist eben zu wissen, Produktlinks sind in den Beiträgen ausdrücklich erwünscht. Also wenn ihr über irgendwas sprecht, keine Ahnung, ihr habt diesen Lichtschalter, diesen Sau-Roboter, diesen, was weiß ich, diesen Switch oder whatever. Dann setzt bitte Produktlinks, denn es ist so, das gesamte Forum muss natürlich irgendwie bezahlt werden. Zum einen natürlich wegen den laufenden Kosten, die ich einfach für das Hosting habe. Zum anderen wegen Plugins, die eben noch hierfür benötigt werden. Und das Ganze wird dann so monetarisiert, dass also dann Produktlinks, die ihr eben setzt, gegen Partnerlinks von mir ausgetauscht werden über ein automatisches Skript, was da eben im Hintergrund läuft. Das heißt also, euch entstehen keine Nachteile, wenn aber jemand eben irgendwann mal diesen Forum-Beitrag liest, dann auf einen Link klickt und sich dann eben das Produkt kauft. Und der wurde zu einem Partnerlink umgewandelt, bekomme ich da eben eine kleine Provision für. Das wird vermutlich natürlich nicht reichen, um die laufenden Kosten des Forums abzudecken. Aber zumindest mal einen Teil davon werde ich so hoffentlich wieder reinbekommen. Und ich hoffe eben, dass wir dann so erreichen, dass das Forum werbefrei bleibt. Oder zumindest eben keine Bannerwerbung beinhaltet, wie man es sonst eben kennt von anderen Foren. Das ist übrigens nichts Neues, dass ich das so mache. Das habe ich auch schon im alten Forum so gemacht. Das stand ja auch so eben in den AGBs vom Forum mit drinnen. Ist wie gesagt, glaube ich, eine ganz schöne Idee, damit man eben nicht von Werbebannern erschlagen wird. Denn natürlich muss ich, wie gesagt, die Kosten fürs Hosting irgendwie wieder reinbekommen. Und natürlich auch die Arbeitszeit, die ich dort eben reinstecke, sei es in Customizing, Coding oder jetzt eben auch die, ich sag mal, ja, das waren ungefähr sieben Tage in die Migration des alten Forums. Okay, also wie kannst du dir jetzt überhaupt hier einen Account erstellen, wenn du eben Lust hast, bei der deutschsprachigen Home Assistant und Smart Home Community mitzumachen? Also als neuer Nutzer gehst du einfach hier auf der Seite, also auf community.simon42.com eben auf Registrieren. Kannst dir dann hier eben wie gewohnt in so einem Registrierungsformular deinen Account erstellen und musst dann natürlich eben, nachdem du sie gelesen und verstanden hast, die Forenregeln akzeptieren, die Datenschutzerklärung und dich eben damit einverstanden erklären, dass ich dir oder genauer gesagt die Community eben Mail senden darf. Dann bekommst du eben eine E-Mail, bitte prüfe auch deinen Spam-Ordner, ob die eben dort gelandet ist und hast dann dort einen Link, den du anklicken musst, um deinen Account zu aktivieren, wie man das eben kennt und dann bist du auch schon angemeldet. Das war's schon. Hinweis für Leute, die bereits im Simon42 Forum angemeldet waren. Wenn du schon angemeldet warst, dann gehst du hier am besten einmal oben rechts auf Anmelden, gibst dann hier also nicht Benutzername und Kennwort ein, denn Kennwörter wurden aus Sicherheitsgründen eben nicht migriert, sondern gehst dann hier unten auf Ich habe mein Passwort vergessen und wenn du das tust, kannst du hier dann quasi deine E-Mail oder eben deinen Benutzernamen aus dem alten Simon42 Forum angeben und bekommst dann eine E-Mail, um dein Passwort zurückzusetzen, dann wirst du hier angemeldet und hast aber trotzdem eben weiterhin die Eigentümerschaft, all deine alten Beiträge und so weiter und so fort. Was du dann noch tun müsstest, ist eben natürlich ein Profilbild zu hinterlegen, die wurden auch nicht mit migriert und es gibt aktuell noch keine Funktion, um Signaturen zu erstellen, das nur als Hinweis. Wenn du dann in der Simon42 Community angemeldet bist, sieht das Ganze für dich so oder so ähnlich aus. Natürlich sind hier manche Bereiche für dich nicht sichtbar, wie zum Beispiel eben das Admin-Panel, aber du siehst auf alle Fälle die Oberfläche so oder so ähnlich. Zur Oberfläche selber erstmal, es gibt einen automatischen Wechsel auf den Dark-Mode, das ist standardmäßig eben so eingestellt, dass das Ganze deinem Betriebssystem folgt. Wenn also dein Betriebssystem den Dark-Mode aktiviert, dann wird auch hier auf der Webseite eben der Dark-Mode aktiviert. Wie ist diese Community aufgebaut, kommen wir erstmal dazu. Also deine Startseite ist hier quasi unter Community erstmal alles. Hier ist das Ganze dann so gedacht, dass man hier quasi die aktuellen Themen sieht, also das sind quasi die kürzlich erstellten Themen. Man sieht hier eben, wer hat bei dem Thema mitgeschrieben und hier oben sieht man also dann die Ungelesenen, eben mit dieser fett hervorgehobenen Farbe. Dann sieht man noch bei den Kategorien, wenn man darauf geht, eben die Kategorie Übersicht. Und wenn man hier links einmal aufpasst, sieht man auch, dass man jetzt hier quasi im Bereich alle Kategorien gelandet ist. Ob ich also hier oben auf Kategorien klicke oder hier unten drauf, ist vollkommen egal. Ich lande an derselben Stelle. Selbiges gilt übrigens hier oben für aktuell. Wenn ich jetzt hier auf alles klicke, achtet mal gerade hier drauf, dann wechselt eben der Bereich hier wieder auf aktuell. Das heißt also, genau, ich kann auch hier oben oder eben hier links in der Leiste durchnavigieren, ist letztendlich derselbe Bereich, wo ich bei rauskomme. Bei den Kategorien sehe ich hier dann eben, wie das ganze Forum eben kategorisiert ist. Es gibt einmal allgemein, also einfach Themen, die halt sonst nirgendwo reinpassen können, hier rein. Hier gibt es einmal Integration, heißt also die Themen, in denen es eben um Home Assistant geht, die sind auf der obersten Ebene, wenn man so möchte. Dann gibt es hier Add-ons, eben mit aktuell noch zwei Unterkategorien, ESP Home und SIG B2M QTT. Automation, Dashboards, Anleitungen, Gadgets, Installation, Hardware und Showroom. Team ist natürlich für dich nicht sichtbar, außer du bist eben Moderator. Hier gibt es dann noch andere Smart Home Systeme, sowas wie eben Alexa, HomeKit, Google Home und so weiter und so fort. Dann noch Community mit der Vorstellungsrunde und den Video Wünschen und dann auch noch Feedback. Wenn dir irgendeine Kategorie fehlen sollte, dann schreibt das gerne einfach in Feedback rein oder auch, wenn dir sonst irgendwas auffällt zu dem Forum, einfach bitte ab damit in Feedback. Noch ganz gut zu wissen, vielleicht hier oben gibt es auch noch neu. Das heißt also, hier sind dann wirklich die neuen Themen, die dir angezeigt werden. Hier unten kann man die neuen Themen sozusagen auf gelesen setzen. Das gleiche gilt dann auch hier für angesagt. Da sieht man eben dann angesagte Themen, jetzt in dem Fall für die Woche vom 28. Februar bis 6. März. Das Ganze kann man hier auch nochmal anpassen, je nachdem, wie man das eben sehen möchte. Wenn ich hier zum Beispiel eben auf heute gehe, sehe ich eben dann die Themen, die heute angesagt sind. Generell würde ich dir empfehlen, dass du einfach hier bei der Alles-Seite quasi guckst, was sind so die aktuellen Themen und dann hier einfach eben guckst, was für dich von Interesse ist oder eben natürlich auch ein neues Thema erstellst. Das Erstellen vom neuen Thema geht entweder direkt hier oben, wenn wir hier auf neues Thema klicken. Dann kann man hier auswählen, in welchem Forum das erstellt wird und hier eben optional die Schlagwörter mit eingeben. Bitte bei den Schlagwörtern nicht übertreiben, aber natürlich bitte auch welche Sätzen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Frage hast zu Stromzählern, dann zum Beispiel das Schlagwort Strom, zu Gaszählern Gas oder wie auch immer. Wenn du eine Frage hast zu Dashboards, dann wäre wahrscheinlich aber nicht das Schlagwort Dashboard passend, sondern eben dann lieber hier die Kategorie wählen, die eben passt. Das wäre in dem Fall dann natürlich Dashboard. Deswegen würde ich dir auch nicht direkt empfehlen, dass du hier von der Startseite auf neues Thema gehst, sondern dass du, wenn es eben möglich ist, wir brechen das hier gerade mal ab, hier links erstmal in den Kategorien oder bei allen Kategorien eben durchguckst, was ist jetzt eigentlich das Richtige, wo sollte ich das erstellen und dann eben in der entsprechenden Kategorie direkt, wenn du da einmal raufgeklickt hast, hier oben das neue Thema erstellst, denn dann ist natürlich die Kategorie auch schon für dich ausgefüllt. Beim Erstellen des Beitrags ist es ja so, du müsstest hier erstmal eben einen Titel vergeben. Natürlich wird ein treffenderer Titel als ich hier, aber ich denke mal, das Beispiel wird klar. Und dann kannst du hier, wie gesagt, noch Schlagwörter vergeben. Lass dich jetzt mal raus. Einfach eintippen, Enter drücken, dann wird das Schlagwort erstellt, wenn es noch keins geben sollte. Dann ist es natürlich so, hier können wir jetzt unseren Fließtext schreiben und wir sehen auch schon Markdown, BB Code oder HTML. Wird eben unterstützt. BB Code ist eine relativ bekannte Sprache, eben aus anderen Forensoftwares. Sieht beispielsweise dann hier so aus, also für Strong, für Italics und so weiter und so fort. Was aber auch geht, ist eben Markdown Code. Das ist eine, wenn man so will, Schnellformatierungssprache, wo man eben dann mit einem bestimmten Zeichensatz Überschriften setzen kann und so weiter und so fort. Das nehme ich persönlich lieber, ist aber natürlich völlig eine persönliche Präferenz, auch ob man jetzt überhaupt in dem Thema irgendwas formatieren will oder einfach eben drauf losschreibt. Ich zeige dir das eben mal. Das heißt also, wir könnten hier jetzt mit Raute Leerzeile eine Überschrift erstellen. Da sehen wir hier auch schon Überschrift. Man sieht also hier links ist dann quasi der Editor und hier rechts ist dann die Vorschau, wie eben der Post aussehen würde. Dann könnten wir jetzt hier sagen, ich bin kursiv. Dann könnten wir diese Zeile hier einfach markieren und dann eben hier auf kursiv klicken. Dann sehen wir, das ist kursiv. Wir könnten alternativ natürlich aber auch einfach Sternchen schreiben, dann sagen kursiv und noch ein Sternchen hinten dran. Dann sehen wir also, der Text wird automatisch kursiv. Das mag für dich vielleicht ungewohnt sein, aber wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, kann man so wirklich sehr schnell tatsächlich Texte schreiben, ohne eben immer wieder zur Maus greifen zu müssen, um dann den Text zu formatieren. Auch noch ganz wichtig für uns sind natürlich Code Snippets. Das heißt also, wir können hier, wenn wir dreimal diesen Backtick schreiben. Der Backtick ist normalerweise neben dem scharfen S auf der Tastatur. Wenn wir den dreimal schreiben, können wir hier quasi mehrzeiligen Code hinzufügen. Code Zeile 3 beispielsweise. Und wenn wir dann hier nochmal drei Backticks eben ans Ende setzen, sehen wir, dass das hier als Code formatiert wird, was eben den riesigen Vorteil hat, dass zum Beispiel auch Leerzeichen eben nicht entfernt werden beim Posten. Also das ist wirklich ganz wichtig. Denn wenn du sonst Fragen hast zu YAML Code, kann dir eben keiner helfen, da es keiner lesen kann. Was natürlich auch geht, ist sowas wie, ich bin ein Inline-Code hier jetzt in dem Fall. Das heißt also mit zweimal Backtick. Dann ist hier jetzt in dem Fall noch ein Leerzeichen zwischendrin. Dann hier einfach irgendwas schreiben und wieder zweimal der Backtick erreicht man es eben, dass man hier quasi Inline sozusagen Code hervorheben kann. Dann auch ganz nett vielleicht, einfach nur um Textpassagen hervorzuheben. Wobei man natürlich alternativ auch einfach Texte fett markieren kann. Vielleicht noch hier oben zur Überschrift ein paar Worte. Also man kann natürlich hier auch Überschrift Level 2 setzen. Und das gleiche dann eben hier mit drei Rauten eben noch Überschrift Level 3. Ob jetzt wie gesagt eine Überschrift sinnvoll ist für dein Thema oder nicht, hängt wahrscheinlich stark davon ab, was du hier machen willst. Wenn du einfach nur eine Frage hast, macht eine Überschrift vermutlich überhaupt keinen Sinn. Wenn du hier eine Anleitung erstellen willst oder eben einen sehr, sehr langen Post schreiben willst, der vielleicht unübersichtlich wird, macht es eben vielleicht Sinn, den mit Überschriften zu gliedern. Auch noch ganz wichtig zu wissen, Screenshots lassen sich natürlich auch einfügen. Ich mache jetzt hier mal gerade als Beispiel eben davon hier einen Screenshot. Wenn ich das jetzt hier einfügen wollen würde und ich habe das Bild in der Zwischenablage, kann ich es hier einfach mit STRG V oder CMD V auf dem Mac eben einfügen. Alternativ kann ich auch einfach irgendwas hier per Drag & Drop eben reinziehen und fallen lassen. Dann wird das auch als Screenshot mit hinzugefügt. Und wie gesagt, bitte denk dran, wenn du über Produkte sprichst, dann verlinke am besten die entsprechenden Produkte auch in deinem Beitrag. Das heißt also hier unten mit Thema erstellen könnten wir jetzt eben das Thema erstellen. Lasse ich jetzt in meinem Fall hier mal sein. Gucken wir uns mal ein bestehendes Thema an. Das heißt also, ich gehe jetzt mal hier auf alle Themen, gucke dann gerade mal hier, wo mein Beitrag ist. Hier ein neues Forum, es geht los und sehe jetzt eben hier dann sozusagen das ganze Thema. Was ganz gut zu wissen ist, ist zum einen mal hier rechts gibt es eine Leiste, die folgt quasi deinem Lesefortschritt. Wenn wir hier also runterscrollen, sehen wir eben, wie weit wir hier im Beitrag fortgeschritten sind. Auf der mobilen Ansicht sieht das Ganze sehr ähnlich aus. Und hier könnten wir übrigens auch Benachrichtigungseinstellungen verändern. In dem Fall habe ich hier Beobachtet aktiviert, da ich das Thema selber erstellt habe. Das kann man hier aber eben dann auch anpassen, damit man dafür eben nicht benachrichtigt wird. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist die Gelöstfunktion. Das heißt also, wenn du ein Thema erstellst oder auch ab einer gewissen Vertrauensstufe kannst du das auch für andere Benutzer tun, ist es möglich, Lösungen zu kennzeichnen. Als Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, ich habe dieses Thema ja erstellt und das hier wäre jetzt zum Beispiel eben die Lösung meiner Frage gewesen. Dann kann ich hier als Themenersteller eben auf Lösungen klicken und dann wird das direkt auch oben im ersten Beitrag des Themas vermerkt. Das ist sehr praktisch, wenn jemand mal dasselbe Problem haben sollte, dann sieht er nämlich direkt, was die Lösung war zu diesem Problem. Das ist natürlich in der Form eine neue Funktion. Das heißt also, für alte Beiträge sind leider eben die Lösungen nicht übernommen worden. Deswegen meine Bitte an dich, wenn du bereits bei Simon42 im Forum registriert warst und du erinnerst dich noch an Beiträge und an die Lösungen dazu, dann geh vielleicht in diese alten Beiträge von dir rein und markier eben die Lösungen nachträglich noch einmal neu. Okay, kommen wir mal zu den eben schon angesprochenen Benachrichtigungseinstellungen hier. Das heißt also, du kannst natürlich aber nicht nur eigene Themen beobachten. Wenn ich hier gerade nochmal auf alle Themen eben raufgehe und ich nehme jetzt beispielsweise hier dieses Waipu TV-Stick steuern, dann könnte ich hier also auch sagen, obwohl ich das Thema nicht erstellt habe, dass ich natürlich eben benachrichtigt werden möchte. In dem Fall ist es so, die Standardeinstellung für alle Themen, die ich nicht erstellt habe oder auch du, ist eben die, dass man nur benachrichtigt wird, wenn man erwähnt wird oder wenn eben auf einem Beitrag von mir geantwortet werden würde, den ich hier ja als Antwort mit posten könnte. Ich kann das aber auch hier unten verändern. Wenn mich das Thema eben interessiert, kann ich das hier auch verfolgen oder eben beobachten. Was das Ganze für eine Auswirkung hat, steht jeweils mit darunter. Ach ja, natürlich sollte es auch klar sein. Du kannst hier unten, wenn du in irgendeinem beliebigen Beitrag bist, natürlich einmal mit Antworten quasi auf den Beitrag antworten. Das ist dann also keine direkte Antwort auf einen derjenigen, der vorher geschrieben hat. Du kannst aber auch Leuten, die vorher geschrieben haben, direkt antworten, wenn du hier rauf gehst. Das sieht man auch dann hier oben in der Zeile, dass du eben quasi an diesem Benutzer hier jetzt antwortest. Wenn ich also nicht auf diesen Antwortbutton klicke, sondern auf diesen Antwortbutton hier unten, dann sieht man also, dass hier oben natürlich dann direkt auf das Thema geantwortet wird, also nicht direkt einem Benutzer. Ist natürlich prinzipiell egal. In beiden Fällen landet deine Antwort im selben Beitrag. Es macht aber eben einen kleinen Unterschied. Ich wollte das einfach mal erwähnen. Natürlich kann man hier unten auch noch Herzen vergeben. Und wenn du eben jemand anderem zum Beispiel einen Beitrag von hier schicken willst oder eben genauer gesagt genau zu einer Stelle oder einem Post hier in diesem Thema, dann kannst du hier unten eben mit diesem Icon direkt den Link dahin kopieren. Wenn wir diesen Link jetzt irgendwo also im neuen Browser einfügen würden, kommen wir also dann wieder genau eben zu unserem verlinkten Posting. Hier unten kannst du übrigens noch einen Beitrag melden. Das sollte man also tun, wenn zum Beispiel jemand andere Nutzer beleidigt oder wenn es sich dabei eben um Spam handelt. Dann kann man also Beiträge melden und du kannst dich hier selber auch noch Lesezeichen setzen, wenn du das möchtest. Wenn wir uns hier mal ein Lesezeichen setzen, dann können wir uns hier erstmal sagen, wofür dient dieses Lesezeichen. Sowas wie Interpressiert mich oder irgendwie sowas. Und dann können wir hier sagen, wann wir daran erinnert werden möchten oder ob wir daran überhaupt nicht erinnert werden möchten. Das wäre der Standard, wenn wir hier auf Speichern gehen. Und dann wäre es so, hier oben im Benutzerprofil haben wir dann eben unsere Lesezeichen und können dann hier wieder rauf gehen und sind dann wieder im selben Beitrag. Natürlich können wir das Lesezeichen auch dann wieder entfernen, wenn wir eben hier rauf gehen und wir sagen, lösche hier dieses Lesezeichen. Dann ist es also kein Lesezeichen mehr für uns und das ist natürlich alles benutzerbezogen nur für dich. Noch was Cooles zur Benutzung vom 742 Community Forum ist eindeutig das, hier unten gibt es so ein ganz kleines Icon. Das sind nämlich die Tastenkombinationen. Das heißt also, wenn du hier wirklich viel im Forum unterwegs bist, kannst du eben hiermit sehr cool durchnavigieren oder dir eben auch die Suche öffnen, verschiedene Sachen schreiben, Aktionen durchführen und so weiter und so fort. Da musst du eben nicht so viel mit der Maus klicken. Ich wollte es nur mit dazu sagen, weil ich eben weiß, dass einige von euch im Forum ja sehr regelmäßig unterwegs sind und an all diejenigen wirklich auch nochmal riesiges Dankeschön. Kommen wir mal zu den Benutzereinstellungen. Das heißt also, wenn du hier angemeldet bist, hast du ja hier oben dein Benutzerprofil. Hier kannst du erst mal auf deinen Account gehen und hier quasi auf die Einstellungen. Wie vorhin schon angesprochen, kannst du hier eben dein Profilbild ändern. Du kannst deinen Benutzernamen, wenn du möchtest, ändern, deine alternative E-Mail hinzufügen und hier auch, wenn du das möchtest, den vollständigen Namen angeben. Musst du aber natürlich nicht. Die coolsten oder wichtigsten Einstellungen sind, glaube ich, die folgenden. Hier bei Benachrichtigungen kannst du quasi einmal die Push-Benachrichtigung deaktivieren oder aktivieren oder auch einen benutzerdefinierten Zeitplan erstellen. Dafür von wann bis wann du eben diese Push-Nachrichten erhalten möchtest, wenn das für dich eben ein Thema ist. Du bekommst normalerweise, um Push-Benachrichtigungen eben zu aktivieren, dann hier oben über der Webseite, ich glaube hier zwischen der Leiste und zwischen der Hauptinhaltseite, bekommst du hier so ein kleines Banner eben angezeigt, wo dann steht, aktiviere Push-Benachrichtigungen. Wenn du das versehentlich weggeklickt haben solltest, kannst du auch hier oben in den Website-Einstellungen einmal gucken, dass eben die Benachrichtigungen aktiviert sind. Du kannst die Benachrichtigungen, wenn du das möchtest, auch pausieren, das geht hier oben direkt im Profil, das heißt also hier gibt es dann ja deine Einstellungen und hier kannst du auch die Benachrichtigungen direkt pausieren, du musst also dafür gar nicht in die Einstellungen rein. Du kannst hier bei der Oberfläche des Weiteren auch noch auswählen, was eben das reguläre Farbschema ist und was das dunkle Farbschema ist. Du könntest auch beides, wie jetzt ich hier in dem Fall beispielsweise ändern, auf dunkel, dann hättest du eben auch jetzt, obwohl eben mein Betriebssystem sagt, aktiviere den hellen Modus, den dunklen Modus. Du kannst aber hier auch wieder auf den Standard zurück, wenn du das möchtest. Dann noch hier zu den E-Mails ein paar Worte und zwar kann man hier sagen, wann möchte man wie eben per E-Mail benachrichtigt werden und hier auch dann quasi, wann möchte man eben eine Aktivitätsübersicht haben, wenn man eben nicht vorbeischaut. Das heißt also, das wird natürlich auch nur gesendet, wenn man sich nicht regelmäßig anmeldet, wenn man das eben möchte, sonst kann man das eben hier auch abhaken und hier kann man auch den Intervall einstellen, täglich, wöchentlich, monatlich wäre hier zu empfehlen. Bitte wähle hier nicht die Einstellung stündlich, da ich sonst Probleme bekomme mit meinen E-Mail-Servern. Täglich ist aber vollkommen okay, wenn du das möchtest. Hier kann man übrigens auch einstellen, was passiert, wenn man quasi auf ein Thema antwortet, also wie dann eben diese Benachrichtigungseinstellung automatisch verändert wird. In dem Fall wäre es jetzt hier auch verfolgen. Ich könnte es aber eben auch auf Beobachten stellen, wenn ich das eben möchte. Also du siehst wirklich, du hast hier einfach die Qual der Wahl. Du kannst dir alles selber einstellen. Und das Ganze hört da noch nicht auf. Du kannst nämlich auch die Seitenleiste, wenn du möchtest, hier eben anpassen. Du kannst also selber entscheiden, welche Kategorien du hier links eben angezeigt haben möchtest. Wie man hier sieht, habe ich eben hier fast alle Kategorien drin. Ich werde das wahrscheinlich im Default auch so anpassen, dass das für die meisten Benutzer eben dann so aussieht. Aber du kannst die eben hier bei der Seitenleiste selber anpassen, was du hier links eben direkt drin haben möchtest. Denn so kannst du eben noch ein bisschen schneller navigieren. Dann noch zum Abschluss eine witzige Sache. Es gibt doch ein Leaderboard. Das heißt also hier unter Community kannst du hier auf das Leaderboard klicken und siehst dann eben, wer eben aktuell wie viele Punkte hat. Hier oben steht auch, wie das Ganze funktioniert. Das heißt also einfach, das hier ist so eine kleine Ecke, wo eben dann die aktivsten Mitglieder der 742 Community eben geehrt werden. Kann man sich hier übrigens eigentlich auch angucken. Kann man sich hier oben übrigens auch angucken für den gesamten Zeitraum. Für dieses Jahr, für das Quartal, Monat, Woche oder eben auch zum Beispiel nur heute. Eine ziemlich coole Sache, finde ich. Das war es schon von meiner Seite zur neuen deutschen Home Assistant Community von 742. Ich hoffe mal, dir hat das Video gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass dir die 742 Community gefällt. Wenn das so ist, dann melde dich gerne dort an, wenn du nicht schon angemeldet bist oder reaktiviere deinen Kanal wieder vom alten Forum. Und was mir persönlich ganz wichtig wäre, erzähl auch deinen Freunden von der Community. Teil die Seite mal auf Facebook oder lass dir eben sonst was einfallen, um sie einfach ein bisschen bekannter zu machen. Vielen Dank dafür und ich sage nur bis zum nächsten Video zum Thema Home Assistant. Mach's gut. Ciao.